Hallo liebe Leute, ich bin die Melli und ich bin gerade für die Techniker in Los Angeles und gleich im Studio treffe ich mich mit unserem eSports-Doktor Matthew Hu. Und ja, wir Zocker, wir sitzen ja schon mal ganz gerne etwas länger vor dem PC und das ist natürlich nicht gut für unseren Körper. Deswegen zeigt uns Matt heute ein paar tolle Dehnübungen, damit wir auch schön geschmeidig bleiben. Ich finde, wir haben unsere Muscle stärken und wegen dem, wir wollen das Stress zu strechen. Mein General recommendation ist, dass alle zwei bis drei Gäste, wenn es eine Probe, bis es eine Runde zu zweitens sind, du kannst um etwas, was wir in die nächsten Das ist eine weitere Übersetzung für die Übersetzung, die die Worte ausgeben werden. Und es gibt drei große Dinge, die ich empfehlen möchte. Die erste ist ein Eistrain. Das ist ein Übersetzung, das ich in den anderen Kommentaren zeiht. Das würde helfen mit den Eistrain oder Eistrain. Wir können immer mit dem einigen. Und dann können wir auch mit dem DEEP-BREATHING machen. So vielleicht kannst du das mal an alle anderen. Okay. All right. So, breathe in durch die Nose. So, smell die Roses. And then blow out the candles. And you want to make sure you're breathing into your stomach. So as you're breathing in, if you want to put your hands at your stomach to make sure that you're pushing out as you're breathing in. There we go, and then exhale through the mouth. And then the second we do something called the bent over twist. And this helps with mobility of our mid-back. So we have one hand on the ground on one side, and then the other hand on the ground on the other side. And you'll feel more stretching. You might even hear a couple of pops, and that's okay for your mid-back, because we're helping increase some of the mobility, because we haven't been moving it when we're sitting for the four to six hours, or six to eight hours, or 24-hour stream, maybe. Who knows? And then we move on to exercise that we can do right in our chair. So all we're doing is just drawing circles with our wrists. Just easy wrist circles. So this is a way to make sure that all the muscles are working on our wrists and hands, or in our forearms. So for this exercise, all you need is a wall. And you want to make sure, starting from your butt all the way up to your shoulders, is in contact with the wall. And that also means that your lower back here is in contact with the wall. And it's okay to bring your feet a little further out, as long as your knees are slightly bent like this. Somewhat of a 90 to 120 degree angle. You have your lower back flat against the wall. Your arms up at a 90 degree angle, like you're going to get arrested. And you're going to start here. Again, making sure your back is flat against the wall. Reach all the way up towards the ceiling. And have your palms facing each other at the very top. And then you're going to bring it back down. Keeping, again, your hands close or in contact with the wall the whole time. And you end up in this 90-90 position here. And all we have to do is we're going to stand up. We're going to put our arms behind our back. Clasp our hands together like this. And then stretch our chest and open it up, while bringing our arms up behind us. And while you're bringing it up, you're going to be taking a deep breath. You hold it at the top of that position. And then you slowly bring it back down, while you're exhaling. Because we're sitting and we want to address the stiffness and weakness that might occur from sitting for long periods of time, for an entire body. Because if we keep our bodies stress free, we can play for a longer period of time. Yeah. You've heard. Um leistungsfähig zu bleiben oder vielleicht sogar eure Leistung zu steigern, müsst ihr immer schön geschmeidig bleiben. Die Übungen habt ihr jetzt. Also nehmt euch am Tag mal ein bisschen Zeit. Euer Körper wird es euch danken. Bis dann. Aber nehmt euch. So... 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 Untertitelung des ZDF, 2020